Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play, ich bin der Lutz und wir sind hier wieder beim Adventskalender. Dieses Mal mit Türchen 6, ich hoffe ihr hattet alle heute einen vollen Schuh zum Nikolaustag. Es war Zeit, dass wir mal reingucken, ob der Schuh da auch voll ist, würde ich mal sagen. Das letzte Mal hatten wir ja hier einen Rebellen bekommen, obwohl ich mich immer noch frage, äh, Fokus, äh, will ich fokussieren? Jetzt sieht man, glaube ich, ja jetzt sieht man ihn. Ich frage mich immer noch, ob das eine Person sein soll. Irgendeine Hauptcharakterperson, sagen wir es mal so, weil eine Person soll das ja sein. Äh, du Rebell, stell dich bitte hin, danke sehr. So, Türchen 6. Wenn da jetzt nichts vom Imperium drin ist, dann werde ich langsam ein wenig düster. So, also, auf damit. Irgendwie, jetzt ist der Herr im Bett schon wieder umgefallen. Alter, auch eh, jetzt sagt. Und es ist... Ja, was ist es? Hm, ich hoffe auf das, ich hoffe auf das große schwarze Shuttle. Genau, das große schwarze Shuttle von Rogue One. Und es ist... Äh, what? Ja, es ist was vom Imperium. Nicht direkt vom Imperium, es ist was von der ersten... Oh, ho, hallo. Okay. Das sind ein paar viele Steinchen. Okay, gehen wir auf Seite, Kanönchen. Ich brauche nämlich jetzt hier den Platz. Äh, Sekunde. Sieht's schon aus. Gut. Das ist dieses komische Truppentransport-Dinger von Episode 7, oder? Ich glaube schon. Okay. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Gut. Also, wir brauchen jetzt erstmal die beiden hier. Die müssen hier ganz vorne dran. Seht ihr das? Ja, das seht ihr. Also, diese Achterplatte. Da vorne kommen diese Spitzen dran. Dann kommen da, dahinter die hier. Das ist kaputt gegangen. Aua, das tat sogar ein bisschen weh. Ups. Ja, ähm, hier noch so ein Einer-Teil hier mit diesem Einer-Teil an der Seite. Da kommen jetzt diese Dreiecke hier dran. Diese Ziegeln. Nennen wir sie Ziegeln. Das ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Gut. Okay. Dann geht es weiter mit, äh, den hier. Die dann einmal hier dran. Oh, nee. Geht's nicht. Was fällt denn da drunter? Ah, ah, die hier fäden da drunter. Diese Zweier mit diesen Stängel da dran. Das kommt da dann so hin, genau. Hm, hm. Gut. Da brauchen wir wieder diese Sechserplatte. Gott, das ist ganz schön kompliziert. Also, Nikolaustag, der ist ja mal dritten hier, hm? Noch was, wo man seinen Kopf anstrengen muss. Und, äh, da ist da dran und, wo ist das zweite Teil? Da ist das zweite Teil. Ganz genau. Ja, ähm, ich rendere gerade im Hintergrund Battlefront und Elite Force. Das wird heute noch kommen. Könnte aber spät werden. Ähm, Sekunde, die Stange hier muss jetzt da so dran. Genau. Ja, wo war ich gerade mit meinem Gedanken gegangen? Gestern lief die Aufnahme einfach nicht. Deswegen habe ich gestern dieses Video damit sehr improvisiert. Und für alle, die sich jetzt denken, kommt da jetzt etwa mehr Sto. Eventuell sogar ja. Eventuell sogar ja. Ich plane da was. Ein neues Projekt für Star Trek Online. Aber da müssen wir mal gucken, ob das was wird. Gut, wie kommt das jetzt hier dran? So, ja. Ah ja, Tatsache, kommt es auch. Hm, das ist ja jetzt interessant. Also, bis hin war das mal drauf. Kommt hier vorne diese Platte drauf? Genau. Mhm. Hier kommt so ein Zweier hin. Das soll jetzt sein? Tatsache. Na gut, stimmt nicht ganz. Die Dinger habe ich jetzt hier noch nicht drauf montiert. Diese Flügel. Und. Komm schon. Jawoll. Das, das. Huch. Das war zu bisschen da. Das war also das. Das ist dieses komische Beiboot aus Episode 7. Da bin ich mir sicher. Oder der Aufbau von einem Sternenzerstörer. Oder der Aufbau von einem Sternenzerstörer, wenn er die Spitze ist. Hm, ist das vielleicht ein Zeichen, Leute? Sollten wir vielleicht, wenn wir uns jetzt hier mal hier unten angucken, die Trümmerteile hier erstmal wegräumen. Das Türchen da schließen. Wir stellen uns jetzt diesen Transporter zu den kaputten Sternenzerstörern. So. The Beam steht erstmal auf. Die Kanone tun wir wieder dahin. Unser Rebellenkollege macht sich schon mal schussbereit. Weil ich glaube... Ich glaube... Ich glaube, der steht nicht. Jetzt. Wartet ihr zu viel Glühwein oder warum kippt der immer zu? Ich weiß es nicht. So. Das dahin und das dahin. Und wenn du jetzt... Wenn du nicht gleich stehst... Das liegt an der Kanone, fällt mir gerade auf. Wenn du nicht gleich stehst, dann schubst ich dich in... Stehst da Keller Base. Leute. Was hat es mit diesem Truppentransporter auf sich? Kriegen die imperialen Truppen... Verstärkung hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber andere Frage. Kriegen wir überhaupt mal imperiale Truppen? Hm. Das werden wir mal sehen. Wo ich mir immer noch wünschen würde, dass das hier... Das erste Teil zum riesigen Sternenzerstörer ist. Das wäre... Das wäre cool. Nichtsdestotrotz... Wir haben mal was vom Imperium bzw. von der ersten Order bekommen. Aber ich glaube, ich mache hier noch nicht ganz Schluss. Eine Sekunde bitte. Ich wollte euch nämlich noch das hier zeigen. Ich habe... Das Ding schon etwas länger. Ein SNES Classic organisiert bekommen. Ich bin mega gehypt. Wenn ich ehrlich bin. Denn wenn wir das mal um 360 Grad drehen, sehen wir nämlich... Was hier für Spiele drauf sind. Das ist ein original lizenziertes Produkt von Nintendo. Aber ich denke mal, das lernen viele von euch wissen. Und hier sind viele... Ja, ich sage mal Klassiker. Obwohl ich denke, dass da wahrscheinlich viele Leute sagen, da gibt es aber noch viel, viel andere Spiele, die man als Klassiker bezeichnen könnte, die vom SNES kommen. Aber man hat sich hier 20 Spiele ausgesucht. 20 Klassiker. Und hat die hier auf diesen SNES Mini gebracht. Ich bin mega gehypt. Eigentlich bloß wegen einem Spiel. Deswegen, wie ich es mir primär geholt habe. Super Metroid. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Super Metroid mal über Emulator versucht zu spielen. Das hat mir nicht sonderlich gut gefallen. Und dann hat mir Jan erzählt, dass dieses Gerät hier rauskommt. Und dann muss ich das schon alleine deswegen haben. Die Sache ist, die Dinger sind scheimkleister selten. Und das hier war ein Zufallsfund. Und ich habe das Ding einfach mitgenommen. Jan hat mich da vorher noch gebarnt, wo es die zu kaufen gibt. Und dann hatte ich das Ding in der Hand. Und da denke ich mir so, Halleluja. Das Ding ist sein Geld wert. Weil wir haben ja Final Fantasy 3. Wir haben Super Mario. Für viele von euch werden sich jetzt denken, boah, ja geil. Für viele von euch wird das jetzt hier auch schon so ein Ding sein, wo man sich sagt, ja, ich muss die Konsole unbedingt haben. Aber es gibt nur ein Problem, ich kann Mario nicht großartig leiden, weil ich bin kein Jump'n'Run-Spieler. Ich kriege es ja schon bei Metroid kaum auf die Reihe. Wie soll ich denn das erst bei Super Mario hinkriegen, ja? Aber dafür gibt es ein anderes Mario-Spiel, auf was ich mich sehr, sehr freue. Und zwar hier unten Super Mario Kart. Jan sagte zwar, die Steuerung soll scheiße sein, aber ich freue mich trotzdem da drauf, weil Jan hat jetzt den neuesten Teil für die Switch. Ich habe jetzt den ältesten Teil hier mit dieser Sammlung. Da freue ich mich mega drauf. Wir haben hier noch Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars. Das ist jetzt interessant. Also das ist vielleicht auch mal ein Mario-Spiel, was mich interessieren könnte, wenn das wirklich ein RPG ist. Zelda, A Link to the Past. Eine Spielereihe, die ich schon ewig, habe ich mich nie dran getraut, weil das ist ja ein fettes Teil geworden, sag ich mal, ja, wie viele Spiele es da gibt. Aber Zelda, da hätte ich auch riesen Bock drauf. Mega Man! Oh! Funk Royale ruft nach mir sozusagen. Da freue ich mich übel drauf. Hier haben wir super, äh, äh, Joshi, äh, Joshi's Island. Kann ich echt Joshi gerade nicht aussprechen? Ja, schlimm. Joshi's Island. Auch so ein Spiel. Ich mag Joshi, der ist niedlich, aber ich würde das Spiel wahrscheinlich nicht auf die, auf die Reihe kriegen. Wir haben hier zwei Kirbys drauf. Ah, schon geil. Dann, ich bin einfach nur tot umgekippt, als ich gesehen habe, dass hier, ähm, F-Zero drauf ist. Donkey Kong. Auch, es sind alles so Spiele. Es wird, es werden so kleine Partyspiele sein, die Jan und ich gut spielen können. Da freue ich mich schon drauf, aber, ja, großartig Let's Play machen. Ah, weiß ich nicht. Ähm, kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Ja, wir haben hier zum Thema, äh, Partyspiele Street Fighter. Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Das könnte blatt ein Dragon Watch Spiel sein. Meine Güte, super Punch-Out. Keine Ahnung, was das ist. Contra 3. Ich bin, äh, Jan hat mich mal auf den Kanal aufmerksam gemacht. Metal Jesus, der ist ein amerikanischer, äh, Spiele-Sammler, der sich wirklich vorrangig auf, ja, was heißt vorrangig, der hat eigentlich auch von jeder Konsole, jeder Generation, irgendwelche Spiele, und hat mindestens eine von diesen Konsollen auch bei sich rumstehen. Und ich erinnere mich, Contra hat der so oft in seinen Videos drin, also, darauf freue ich mich schon. Earthbound. Earthbound wird so oft erwähnt, dass das ein scheiße wertvolles Spiel sein soll. Ja, Secret of Mana? Äh, da. Ist es jetzt im Fokus? Jetzt ist es im Fokus. Ich glaube, das gibt es doch jetzt mittlerweile auch auf Steam, oder? Ich glaube schon. Ich schwöre mir mal, es geht gut auf Mana auf Steam angeboten, ja. Genauso wie eigentlich auch Megaman fällt mir gerade auf, da gibt es doch auch eine Collection, ja. So, und dann haben wir noch Super Ghost in, äh, Super Goods in Ghosts. Da bin ich auch mal gespannt, was das ist. Also, jede Menge schöne Spiele, und Star Fox. Star Fox ist wichtig, wenn man das, ja, durchgespielt hat, oder wenn man das angespielt hat, dann kriegt man Star Fox 2. Und Star Fox 2 ist niemals veröffentlicht worden. Wie gesagt, ist so ein kleines Gimmick, sag ich mal, wenn man Star Fox gespielt hat, dass man dann Star Fox 2 auf der Konsole freischalten kann. Man hat es wohl fertig programmiert für diese Konsole hier. Ja, also, man kriegt also 20 Spiele für, ja, ich sage mal, man muss zu kommen, so bis zu 100 Euro. Dann habe ich, ich habe erst so gedacht, boah, ist das toll. Dann habe ich jetzt mal durchgerechnet, dann hat die ja pro Spiel 5 Euro ausgegeben und kriegt quasi noch eins gratis dazu. Finde ich sehr, sehr interessant. Gut, dann machen wir das Ding mal auf. Jetzt haben wir die Konsole. Sieht halt aus wie so ein SNES mit zwei Kontrollern dazu. Dann machen wir das mal auf hier. Und zack. Jawohl. Da haben wir es. Hier ist wohl die Anleitung, alles klar. Dann haben wir hier zwei weiße Teile. Hier haben wir einmal die Konsolen. Und dem, man sieht schon, die ist wirklich mini. Die hat ungefähr Handflächengröße. Ja, dann haben wir hier, was ist das hier? Power? Achso, das ist der An-Aus-Knopf und der Reset-Bug. Okay. Kommt man dann wieder zurück ins Menü oder wie? Cartridges werden hier nicht mitgeliefert, das ist einfach bloß ein Gimmick. Genauso wie hier vorne, diese Anschlüsse, die sind nur eingetäuscht, weil hier drunter, äh, hier, genau. Und dann so ein Haken, dass man hier diese Ports, das haben wir hier noch irgendwelche Rampenweiser, ne? Ne, Mod CLV301 Input, aha, hier unten ist irgendwas, oh, Made in China, wer hätte das gedacht? Hier unten sind irgendwelche Modelle da, alles klar. Und hier sehen wir schon, man braucht ein Micro-USB-Kabel, um es mit Energie zu versorgen und ein HDMI-Kabel, um es mit seinem Fernseher zu verbinden. Sehr, sehr schön. Also, ja, kann man dieses Spiel hier quasi Full-HD spielen, das freut mich sehr. Ähm, dann haben wir hier, zwei Controller sind mitgeliefert. Hier haben wir einen, ja, ein klassischer Super Nintendo-Controller, allerdings mit einem neuen Anschluss. So, wie es aussieht, ein Anschluss von Nauvie. Interessant, oh, Alter, die fühlen sich schon richtig geil an hier. Die Controller freut mich sehr. So, jetzt wird es interessant. Oh, ein Micro-USB-Kabel und ein HDMI-Kabel. Jetzt bin ich baff, weil hier auf der Ding steht, kein Netzteil mitgeliefert. Ah, Sekunde, wartet mal, ich wollte es mal im Fokus. Kein Netzteil mitgeliefert. Jetzt verstehe ich das. Aber das Kabel ist mitgeliefert. Okay, das verstehe ich nicht. Ist das so schlimm, da jetzt noch so ein kleines Netzteil mitzubringen? Ah, na gut. Also, das Kabel hat man, aber nicht das Netzteil dazu. Gut. Also, das ist in der Verpackung. Und dann gucken wir gleich mal, wie das aufgebaut aussieht, würde ich sagen. Da ist die Konsole angeschlossen. Ein bisschen wackelig steht sie da. Direkt unter meinem Monitor. Und da wollte ich mal sagen, gucken wir uns mal an, was die Konsole dazu zu bieten hat. Wir haben das Menü und das hat schon Musik. Und es tut mir leid, ich muss das leider so mit meiner Kamera aufnehmen, weil ich habe keine Capture-Card. Aber wenn die Konsole das Potenzial hat, was ich denke, was die Konsole haben wird, ein Potenzial, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir dieses Jahr zu Weihnachten noch eine Capture-Card hole, sodass wir hier ein paar Spiele live streamen und auch let's playen können. Aber Menü, Sprachenauswahl. Schon mal interessante Musik? Gehen wir mal auf Deutsch. Ja, natürlich. Ah, und dann, oh, hier ist die Spieleauswahl. Guckt euch das an. Earthbound, Donkey Kong, Contra, äh, Super Mario, Super Mario Kart, Star Fox 2, äh? Star Fox 2 ist hier schon mit drauf. Ich dachte, das muss man erst freispielen. Naja, vielleicht können wir da noch nicht reingehen. Aber vielleicht ist es einfach schon mit im Menü verankert. Das ist möglich. Ah, X, äh, X-Men würde ich gerade sagen. Genau, Mega Man X, so rum. Ach, Alter, guckt euch dieses Spiel an. Was nehmen wir denn mal? Kommt, wir nehmen, wir nehmen das, warum ich es mir gekauft habe. Super Metroid. Nintendo. Mal gucken. Ich habe noch nie so, oh, 1994, ja. Alter, das Spiel ist fast 24 Jahre alt. Ich habe noch nie so in Let's Play gemacht. So richtig primitiv. Boah, aber das ist geil. Das hat was. Metroid 3. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie sich das spielt, ey. Ich hoffe besser als auf den blöden Emulator. Oh, ich habe endlich Metroid 3. Ist das geil. Ja, ähm, großer Nachteil der Konsole. Alle Spiele sind auf Englisch leider nur. Es ist ein großer, großer Nachteil. Oh ja, der einzige Sound, den wir jetzt für eine Weide hier hören werden. Ähm, viel Text. Ähm, wartet mal. Ich konnte den Text mal auswendig, aber jetzt kann ich... Nein, das war eine Lüge, aber wisst ihr, wie oft ich Metroid 3 bei Funk geguckt habe, bei Funk Royale? Ich weiß es nicht, wie oft ich bei Funk das Let's Play geguckt habe und auch bei NRW-Boy. Ah, das ist so episch. Ich habe es endlich. Ah. Hallo, Samus. Ja, deine Amiibus habe ich da oben rumstehen. Musste ich so zwinkern, ich habe dich schon gekauft. Ich habe sogar eine Statue von Zero Suit, dear. So, von, naja, von deinem zukünftigen Ich, ne? Ähm, worauf ich jetzt gerade angespielt habe. Ich habe mir vor Ewigkeiten schon, ach du meine Güte, äh, da habe ich mir eine Statue geholt. Zero Suit Samus von, von Metroid, also ein. Ja, hier sitzen kleiner Metroid-Fanboy vor euch. Ich bin ja mal gespannt, wann der Game Boy Classic rauskommt. Dann ist da vielleicht, vielleicht auch nicht, ähm, ja, Pokémon drauf. Sag mal schnell, blau und rot. Vielleicht auch gelb. Das wäre lustig. Der Game Boy Classic. Ich wollte so einen alten Game Boy ohne, ohne, ähm, Cartridge dazu. Einfach bloß so ein fettes Teil. Und dann hast du so ein ähnliches Menü wie hier gerade. Alles total modernisiert. Und dann spielst du dann die ganzen alten, die ganz alten Game Boy-Spieler. So ein Game Boy Classic. Nee, das hört sich, das, das, das Klang besser, als es tatsächlich ist. Mein Gott, so viel Intro. Ich habe mich vor, den Text zu übersetzen. Kann man das nicht überspringen? Nein, tatsächlich nicht. Alter. In Speedrun, wenn man hier einen Speedrun machen würde, das, das klingt einem doch hier, den Speed total. Ja, Save a Station is under attack. Endlich. Da ist sie, die Station. Space Colony. Ach nee, da stand ja nicht eben im Text. Gut, ich habe es nicht gelesen. Aber egal. Oh. Da ist Samus. Oh, die. Warte mal. Wie springt sie denn? Ach, auf A. Und schießen wir es auf X. Ach, du meine Güter. Hui. Oh. Ist das cool. Oh, die Türen öffnen sich sogar automatisch. Ich muss die doch gerade nicht aufschießen. Ist ja geil. Oh. Guckt euch diese Grafiken an. Das wäre so viel geiler, hätte ich eine Capture Card. Aha. Tür auf. Ja, genau. Mein Gott, ist das cool. Oh, ich bin hier gerade am Rumnerden. Aber die Steuerung ist doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Schießen auf X ist ein bisschen merkwürdig. Oh, da liegt jemand Totes. Oh, mein Gott. Die Zelle da ist aufgebrochen. Oder diese Tube. Die Tube, genau. Die Zahnpasta-Tube ist aufgebrochen. Oh, mein Gott. Wer hat die Zahnpasta geklaut? Werden wir das herausfinden, wenn wir diesen Gang herum... Wartet mal. Gab es hier nicht auch die Möglichkeit, dass Samus schneller rennt? War das? Ja. Auf B. Du, Samus, beeile dich. Du musst die Zahnpasta-Dieb finden. Da ist der. Nee, halt. Das ist ein Metroid. Ähm. Okay. Metroid, hast du den Zahnpasta-Dieb gesehen? Da ist er. Es ist Ridley. Wer hätte das gedacht, dass es Ridley ist? Im Übrigen, ich könnte jetzt hier einfach auch warten, dass Ridley mich trifft. Aber... Au! Wir müssen das ja eh beschwachen. Wir müssen das hier... Wir machen halt Ridley irgendwie keinen Damage, ne? Aua! Es geht jetzt hier eigentlich auch bloß darum, dass Ridley, äh, uns den Damage aushält. Oh, jetzt habe ich ein Damage-Schema. Habt ihr gesehen? Ja, das tut weh, nicht wahr? Aber es ist vollkommen irrelevant, weil jetzt fliegst du eh weg. Und dann müssen wir fliehen. Campt man ja nicht anders bei Metroid. Tür auf! Selbstverstörung ist aktiviert. Wie kann Ridley? Okay. Samus-Föderation ist wie die Star Trek-Föderation. Sowas wie Sicherheitscodes kennen die nicht. Wirklich konnte er sich einfach in die Selbstverstörung kecken. Jetzt müssen wir auch fliehen. Oh, das ist so geil. Äh, ja, es wäre auch geil, wenn ich springen lernen würde. Tür auf, Tür auf, Tür auf. Wir müssen noch raus hier. Wir haben nur noch... Oh, wir haben nur noch 47 Sekunden. Soviel zur Star Trek-Föderation. Ich war... Haha. Lauf, Samus, lauf. Ah, spring, Samus, spring. Oh. Jetzt kippt das Schiff auch noch zur Seite. Und wir kriegen ja immer zu heiße Dämpfe ins Gesicht. Au. Seht ihr das? Amus, Amus. Hör, Aua. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die habe ich mit dem Emulator nicht geschafft. Da war die Steuerung so schwammig. Da habe ich es nicht in die Kriegung. Und da explodiert die Station. Aber wir konnten entkommen. Oh mein, das wird ein langes, langes Kalendervideo heute. Aber ich habe einfach... Alter, ich sitze seit dem ganzen Tag noch hier und spielen. Metroid, ey. Scheiß auf Sto und auf Xenoverse. Hallo, Metroid! Oh, ist das cool. Man, es war eine Kamera-Potten-Dreck. Okay, es wird mir jetzt erst auf. Ich brauche eine Capture-Karte, Alter. Ich brauche einfach eine Capture-Karte. Da ist die Gelb-Alterbeude. Ah. Das, Amus. Äh. Doch. Ach, halt, wartet mal. Also. Hier geht es nicht rein. Genau. Da braucht es, glaube ich, irgendein Upgrade für, ne? Mhm. Oh, hier drüben geht es rein. Mein Gott, wer hat dieses schlechte Wetter denn hier bestellt? Ist hier gerade sogar... Das ist nicht gerade geil. Hier auf dem Display sehe ich jetzt immer zu dem Blitz aus dem Augenwinkel hier von meiner Kamera. Aber leicht ablenkend, aber geil. Krabbelfiecher, habt ihr sie gesehen? Laufsamus. Ah. Also wirklich, Schnellfeuer haben wir nicht. Also. Doch. Man kann schon die Schusstaste gedrückt halten und dann schießt sie dauerhaft. Da kommen wir noch nicht lang. Da kommen wir durch die rote Tür kommen wir noch nicht. Die blaue Tür habe ich jetzt ignoriert, weil ich nämlich genau hier hin möchte. Hier blitzt und funkt alles. Ne, das sind keine Blitze, das sind schon wieder irgendwelche Krabbe-Tiere. Irgendeine zerstörte Basis hier. Gut. Metroid-Fans wissen ganz genau, wo wir sind. Oh, hier geht es aber tief runter. Hui, hui, hui. Hallo. Und jetzt haben wir schon unseren ersten Gegner kennen. Ich habe wirklich so das Gefühl, dass Mother Brain mal hier war. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Äh, was war das? Oh mein. Spring muss gelarmt sein, Nutz. Äh? Ich dachte, jetzt sind hier Gegner. Naja, haben wir hier einen ruhigen, ruhigen Spaziergang. Oh nein, meine Batterie geht leer. Nein. Na gut, Leute, dann machen wir hier bei dem Aufzugsschluss. Und, ach man, das ärgert nicht. Ich wollte gerne noch mehr spielen, aber die Kamera sagt nö. Also, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.